Hey Leute, Max hier. Es ist wieder immer Sonntag. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis jetzt ganz gut überlebt. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Bett gefällt. Ja, diese Woche geht es um das Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trans und Travestie? Also zwischen Transidentität und Crossdressing. Sowas in der Richtung. Also, was ist eigentlich Transidentität bzw. Transsexualität, wie es in der Medizin genannt wird? Transidentität ist, also Transgender, Transidentität, Transsexualität beschreibt eigentlich, dass man selbst sich nicht mit dem Geschlecht, sagen wir mal, identifizieren kann, was man zur Geburt zugewiesen bekommt. Und das kann entweder im binaren Modell sein, non-binary fällt auch noch unter den Transschirm. Und auch viele andere eigentlich. Genderfluid gehört noch zum Transschirm. Es gibt... Ja. Also, was ist Travestie? Travestie ist... kennt man eigentlich am ehesten durch Drag. Es geht eigentlich darum, dass es Crossdressing ist von Leuten, die sich halt wie das andere Geschlecht verkleiden, in der Verkleidung auch Shows abgeben. Da geht es in den Grad von wirklich, dass man den Unterschied nicht sieht, bis hin zu Vollbart mit Perücke. Kommt halt wirklich drauf an, wie der Geschmack der jeweiligen Person ist und so weiter und so fort. Da ist die Direktive, dass du dich zwar als das andere Geschlecht verkleidest, aber trotzdem noch dich mit dem Geschlecht, was du bei deiner Geburt zugewiesen bekommen hast, identifizierst. Ja. Ja. Was ist der große Unterschied? Ja. Die Identifizierung bei Trans. Eines identifizierst du dich mit etwas anderem, als das, was du bei deiner Geburt zugewiesen bekommen hast. Und bei Travestie bist du noch mit dem zufrieden, was du hast, in Anführungszeichen. Und machst du ein alter Ego, ziehst dich halt gerne gegensätzlich an und... Ähm... Die gefällt das halt einfach. Weiß nicht. Die kann man uns am besten erklären. Ich denk mal, das was dann eigentlich... Ja. Also zumindest ist es das so, was ich... Ehe ich das alles verstanden hab... Ich bin noch ein bisschen müde, Leute, tut mir echt leid. Nächstes Mal das Video wird ein bisschen ausführlicher, wird ein bisschen schöner. Dann wünsche ich euch noch einen... schönen Sonntag. Uppala. Ah, vielleicht sollte ich mir das aber machen. Ähm, das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. In schönen Stadt, die neue Woche. Peace out und tschüss. Ihr Glück ist wichtig. Und jetztец Kind erlebe ich ein